Hey Leute und herzlich willkommen hier zu der Aufslosung meines Gewinnspiel zu Weihnachten. Ich hatte mir überlegt gehabt, auch mal so eine kleine Weihnachtsfrau zu sein für euch, für die Community, für die Krümels. Ja, meine Katze wollte mal wieder mitreden, wunderbar. Und ja, hörst du jetzt mal auf? Gott. Wir lassen das jetzt einfach nur so stehen, ne? Aber auf jeden Fall, komm, ich glaube sie, genauso wie ihr, möchtet wahrscheinlich, dass ich das jetzt hier einfach mache. Wir klicken jetzt hier einfach mal auf Aufs-Auflosung. Und gewonnen hat. Luke, spiel mit. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ich glaube, meine Katze hat ein bisschen Hunger. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage, schöne Weihnachten. Lasst euch reich beschenken. Und es wird ja nicht das letzte Mal sein, dass sowas hier auf diesem Kanal passiert. Und nochmal danke für das ganze Jahr. Nochmal danke für alles. Und damit sage ich Tschüss, Bye und bis zum nächsten Mal. Tschuhu!